Hallo ihr Lieben, willkommen in der Genius Rezeptwelt. Heute gibt es eine Blätterteigtart, bestrichen mit einer leckeren Creme aus Creme Frech und Gorgonzola und belegt mit leckeren Kartoffelscheiben und frischem Rosmarin. Wie einfach das geht, das seht ihr jetzt. Für die Kartoffel-Gorgonzola-Tarte brauchen wir folgende Zutaten. Blätterteig, Kartoffeln, Olivenöl, Salz, Creme Frech, Sahne, Gorgonzola-Käse, Rosmarin und Pfeffer. Als erstes räumen wir den Blätterteig auf unserem Backblech aus. Jetzt schneiden wir mit einem Messer am Rand entlang, damit der Rand nachher schön aufgeht. Den Mittelteil stechen wir mit einer Gabel ein. Als nächstes schneiden wir die Kartoffeln mit dem Nicer Dyser Fusion in ganz feine Scheiben. Dazu die Kartoffel aufsetzen, den Schneidguthalter obendrauf setzen und hobeln. Zu den Kartoffelscheiben geben wir das Olivenöl und das Salz und vermengen alles. Die Kartoffelscheiben stellen wir zur Seite und rühren als nächstes die Creme an. Dazu geben wir Creme Frech, die Sahne und den Gorgonzola-Käse in eine Schale. Das Ganze wird vermengt und der Käse etwas zerdrückt. Die Creme verteilen wir auf dem Mittelteil unserer Tarte. Die Gorgonzola-Stückchen in der Creme schmelzen nachher schön. Als nächstes verteilen wir die Kartoffelscheiben ordentlich auf unserer Tarte. Darauf geben wir unseren Rosmarin und etwas Pfeffer. Die Kartoffel-Gorgonzola-Tarte kommt nun für ca. 20 Minuten in den Backofen. Frisch aus dem Ofen und super knusprig und fertig ist die leckere Tarte mit Kartoffeln und Gorgonzola. Viel Spaß beim Nachmachen! Eure Rebecca Untertitelung des ZDF für funk, 2017